Hallo Leute, was geht ab? Ich bin's übernommen und hier spielen wir jetzt mit dem Train Simulator. Das ist so ein Simulator, wo man so eine Tür kann. Ihr kennt das ja noch von den alten Videos da, wo ich so Train und Roll gespielt habe. Und das ist halt so ein ähnliches Spiel, aber ich werde von der reichen die Verkaufnahme. Meine Wartung wird jetzt die Anleitung von der Landschaft über die Tüchter herrlich geführt. Die Tüchter herrlich ist in der Tat, wo man so ein bisschen mehr so ein bisschen mehr durchgeführt hat. Ich habe mich über die Tüchter herrlich gesehen, wie man die ganze Zeit über die Tüchter herrlich kennt. Und dann haben wir dann hier auch die Salzbücher. So haben wir ein bisschen hier raus. So haben wir es hier raus. So haben wir es dann hier raus. So haben wir es. So haben wir es hier raus. Es ist so schön. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Bis zum 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 nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020